Musik 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 So, ich bin der Uli Leithold, der Vereinsvorstand des KSV PAUSA, der Ringer von PAUSA, wo wir die Aktion gelesen haben, beziehungsweise mitgeteilt bekommen haben. Mit dem Grand-Finding über 1 Energie waren wir sofort dabei und wir stecken unsere ganze Kraft und Energie in den Nachwuchsbereich und wir brauchen ganz, ganz dringend für unseren Nachwuchsbereich eine neue Ringermatte mit kompletter Ringerdecke. Wir wollen das nicht haben, wir wollen das eben weitergeben an unsere jungen Athleten, wir wollen hoffnungsvolle Talente entwickeln. Wir haben zum derzeitigen Zeitpunkt sieben Sportler am Bundesstützpunkt Ringen in Leipzig und an diesen Aufgaben wollen wir weiter daran arbeiten und wollen weiteren Nachwuchssportlern die Chance geben, den leistungssportlichen Weg einsteigen zu können. Musik